Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Nach einer eisigen Nacht erwartet uns morgen ein sonniger, aber recht kalter Tag. Die Temperaturen werden kaum über 10 Grad ansteigen. Ähnliches Wetter beschert uns dann auch der Mittwoch, wobei es überwiegend bedeckt bleiben wird. Auch am Donnerstag bleibt es für die Jahreszeit zu kühl. Die Sonne lässt sich wieder öfter blicken, es bleibt niederschlagsfrei. Nach einer kühlen, aber frostfreien Nacht bleibt uns die Wetterlage am Freitag erhalten. Der Westsachsenhimmel zeigt sich bei Temperaturen um die 14 Grad. Weitestgehend sonnig, es ziehen einige Wolken durchs Sendegebiet.